Meine Lieben, das Buch des Lichts warnt vor der dunklen Seite der Bhagavad-Gita. So wie alle Religionen, auch die Bibel und so weiter, haben diese Schriften natürlich dunkle Seiten. Und auf die muss man aufmerksam machen, denn das kann zu großem Schaden für die Autoren und auch für jene führen, die eben sich danach richten, was da steht. Ich empfehle die Entfernung der Verse in der Gitarre 4, 13 und 2, 31 bis 37. Bevor ich ins Detail darauf komme, warum, was diese Verse überhaupt sagen, möchte ich zusammenfassend sagen, was die Bhagavad-Gita ist. Wird natürlich im Buch des Lichts im Detail erklärt, gelehrt. Es sind ja hier nur Gedankenanstöße, meine Lieben, aber nicht alles, was sich von Gott gesandt fühlt oder verkündet wird, ist auch vom Wohl für die Menschheit. Meine Lieben, in Medias Res, was die Bhagavad-Gita anbelangt. Also, Gita, das bedeutet ja zunächst mal Gesang. Und man hat den Titel Bhagavad-Gita auf verschiedene Weise übersetzt. Gesang der Gesegneten, göttlicher Gesang, himmlischer Gesang. Da berufe ich mich auf Sir Edwin Arnold, himmlischer Gesang genannt. Die Gita wird ja auch gesungen. Die Bhagavad-Gita ist Teil eines größeren Werkes des Mahabharata, nationaler Epos der Hindus. Und dann als Hauptthema haben die, und da geht schon das Problem los, einen sich lange hinziehenden Streit zwischen den Abkömmlingen der Kurus, einer Seite, und der Pandus, auf der anderen Seite. Das sind zwei Zweige einer alten Königsfamilie. Die waren bekannt als die Bhartas. Und die Gurus haben sich des Reiches der Pandavas bemächtigt, haben diese verbannt. Und darum haben die Verbanden sozusagen ein Wanderleben erfahren, schwere Ungemacht. Aber von diesen fünf Pandava-Prinzen, einer davon war Arjuna. Und da hat man gesagt, die sind alle göttlichen Ursprungs. Und jetzt haben die Helfer und Freunde um sich gesammelt, um zurückzukehren mit einer großen Armee. Und diese beiden Armeen, und damit beginnt die Gita, treffen sich auf Kurk-Tschetre. Kurk-Tschetre. Das ist das Feld der Kurus. Eine Art Schlachtfeld, ja, kann man sagen. Jetzt lehrt das Buch, es gab sehr wohl in atlantischen Zeiten Schlachten mit gewaltigen Waffen. Eine, kann man sagen, eine Spiegelung davon ist diese Geschichte in der Bhagavad-Gita. Aber darauf möchte ich im Augenblick nicht eingehen. Sondern der Arjuna hat seinen Berater und Wagenlenker gebeten. Die hatten ja einen Wagenlenker. Und dann einen, der die Waffe hält und damit kämpft. Und hat gesagt, fahre mich zwischen die zwei Armeen, damit ich jene sehen kann, die bereit waren und darauf bedacht sind, die Schlacht zu beginnen. Aber jetzt sieht er plötzlich viele vertraute Gesichter. Jetzt geht's los. Er sieht Großväter, Onkel, Vätern, Erzieher, Brüder, nahe Verwandte, enge Freunde. Und da denkt er sich plötzlich, das kann ich doch nicht tun. Ja, dass ich die angreife. Und legt Pfeil und Bogen nieder und ist von Verzweiflung überwältigt. Meine Lieben, da wollen wir gleich mal zum Thema kommen, also etwas noch mehr zum Thema. Und das Problem uns mal anschauen, was da in der Gita ist. Denn, wenn wir uns mal das Problem der Kasten anschauen, ja, das ist ja der, die Gita, ich versuche hier immer noch ein bisschen über, von, die Übersetzungen hinzukriegen, von Sanskrit auf Deutsch. Es gibt ja im Vers 4, 13 ein Satz, der ungeheuerlich ist, meine Lieben. Und dieser Satz wird und wurde missbraucht bis heute in Indien. Und nichts wird dran geändert. Dieser Satz ist eine Brahma-Lästerung, sage ich, Gotteslästerung kann man auch sagen. Denn da spricht das Höchste folgendermaßen, die vier Kasten wurden von mir gemäß der Unterschiedlichkeit geschaffen. Und obwohl ich ihr Urheber bin, wisse, dass ich nicht handele und unwandelbar bin. Also mit anderen Worten, der liebe Gott hat die Kasten geschaffen. Und genau durch dieses Kastensystem wird das indische Volk unterdrückt, meine Lieben. Man bezieht sich dann auf die Bhagavad Gita, da guckt man, der liebe Gott. Jemand würde sagen, Allah oder Christus. Der hat dich so gemacht. Mein Zita-Spieler, Rahul Shaka Putra, der gehörte der Paria-Kaste an. Sie sind die Niederste, die darfst du nicht mal angucken oder anfassen, geschweige denn. Das ganze Elend von Indien wird gut geheißen durch die Bhagavad Gita. Und ich spreche erstmal nur vom Kastenwesen. Meine Lieben, seht ihr die Notwendigkeit des Buchs des Lichts, denn schaut mal, das Buch des Lichts ist ja prä-wedische Wissenschaft. Also vor der Bhagavad Gita, vor den Veden. Ja, und ist wieder erwacht worden, um die Veden zurechtzusetzen oder um diese Sachen aus den Veden zu entfernen. Ich bitte also jeden Verantwortlichen, diese Sache aus dem Veden zu entfernen. Vers 4,13 und die Verse 31,37 des zweiten Kapitels. So. Meine Lieben, das ist ja ganz klar, was hier gesagt wird. Hier wird ganz eindeutig, wenn ich es übersetze, die vier Kasten, die vier Kasten wurden von mir gemäß der Unterschiedlichkeit geschaffen. Obwohl ich Urheber bin, wisse, dass ich nicht handele und unwandelbar bin. Könnte man natürlich jetzt gerade, wenn man die Rechtschreibung sieht, könnte man sagen, dass ich nicht unwandelbar bin, ja? Aber es ist anders gemeint. Na gut. Meine Lieben, hier wird einem Gott etwas zugeschrieben, das ihn beleidigt. Und weil in Indien diese armen Menschen, vor allem die Bettler und die sind das, selber ja glauben, das ist mein Karma. Ich bin jetzt Bettler, die können mich ruhig anpinkeln. Im nächsten Leben geht es mir besser. Deshalb ist Indien dieses korrupte, kaputte Land, obwohl da auch hohe Spiritualität ist. So. Da ist natürlich hoch und niedrig vorhanden, positiv und negativ. Ja, wenn Brahman oder meinetwegen Krishna sogar die Kasten erschaffen hat, dann kann das nur ein Dämon sein. Ja? Während die Wahrheit ist, ja, es gibt jetzt die Kasten, aber wenn da ein Bettler ist, ist es auch mein Karma, das dem Bettler hilft. Wir helfen hier keinem Afrika oder sonst was, sondern unseren Nachbarn. Das genügt schon. Da kann ich hier nicht sagen, mein Nachbar, dass es eine alte Frau ist, die sich nicht mehr bewegen kann, die nicht mal mehr Essen kaufen kann und keiner weiß es und ich klingel mal bei ihr und die hat schon drei Tage nicht vergessen, schon halbtot, sei gut, ich hole jetzt, kaufe jetzt jeden Tag Essen. Auch ist auch helfen. Ja, da kommt dann wieder die wahre Definition der Nächstenliebe. Aber wenn ich, das kann man wirklich sagen, die Bhagavad Gita ist an der Stelle eine Beleidigung Gottes. Wenn der sagt, die vier Kasten wurden von mir erschaffen, na, wusstet ihr übrigens, dass Gandhi so gewaltlos wie er war, gegen die Kasten ist er nicht vorgegangen, gegen das Kastendenken. Oh nein, braucht er nicht denken. Also das ist ganz schlimm, mein Lieben. Ich würde fast sagen, der Herr Johann ordnet an, dass das aus der Gita entfernt wird. Können wir nicht sagen, aber wollt ihr weiter euren Gott beleidigen, liebe Krishnaiten? Ja? Svadharmamapi Chavezkya na vikampitum marasi Harmiyadi Yudhacharyo Kann schon kein Sanskrit mehr, aber schon eine Weile sind viele mal damit befassen. Yudhacharyo nyat Kshatriyasya na vidyate Ja, das ist interessant, meine Lieben. Ich habe Sanskrit unterrichtet in Los Angeles, aber wenn man, diese Zeichen sind an sich ganz einfach, ja, wenn man sich dann eine Weile mal nicht so richtig damit befasst, dann hat man Schwierigkeiten, die auszusprechen oder zu entziffern. Was bedeutet das, was ich gesagt habe? Es ist wieder ein Vers im zweiten Kapitel, im zweiten Kapitel. Des Weiteren zaudere nicht angesichts deiner Pflicht, denn es gibt für einen Angehörigen der Kriegerkaste. Oh, die Herren Krieger, Kshatriyas, nichts Höheres als einen gerechten Krieg. Nun könnte das in Indien, wenn da zwei Heere sind, beide sind Bhagavad Gita Anhänger, können die einen sagen, stimmt, aber das gilt für mich, nicht für dich. Das ist doch das Problem heute, meine Lieben. Allah sagt, man darf dies und das tun, also tut man es. und das einem an sich unwichtigen Menschen wird plötzlich ein wichtiger Mensch, ein Gottesvertreter. Darauf ist das doch aufgebaut, dieser ganze Unsinn. Da müssen wir schon dagegen halten vom Buch des Lichts. Ja, Buch des Lichts gab ganz klar, die Kasse und die damit verbundene Privilegisierung oder Privilegierung sollte nicht weiter vererbt werden. Ja, wenn wir die Gita nehmen, wie man ja will, dass man sie nimmt, natürlich sind auch symbolische Sachen drin, aber, ja, es ist gemeint, wie es geschrieben ist. Dann sind allein diese kommentierten Verse könnten, werden so verstanden, um einen Krieg zu rechtfertigen. Wenn jetzt welche Sachen geht um den inneren Konflikt, ja schön und gut, aber, es wird ja nicht so verstanden. Ja? Also da ist das Problem ganz, ganz klar da, meine Lieben. Schauen wir mal weiter. Vers zwei, zwei, 32. Oh je. glücklich, glücklich, sind die sind die Wenn du in den Himmel. Wenn du in den beim Koran mit 72 Jungfrauen. Aber jetzt kommt's. Ja. Wir zitieren Vers 233. Wir zitieren Taten. Wenn du Taten. jedoch diesen gerechten Kampf nicht aufnehmen willst, lädst du Sünde auf dich, da du deine Pflicht und deinen Ruf vernachlässigt hast. Ja, was ist denn das? Gerechte Kampf für wen? Wenn beide Heere der Krishna Lehre folgen, gibt's ja, gab's ja früher, haben sich ja bekämpft, heute auch noch, dann ist also Krishna immer auf die Seite des Gerechten. Wer ist der Gerechte? Meine Lieben, entfernt Wiederholung ist der beste Lehrmeister 2 31 bis 37 und 4 13 in der Gitter. Aber die Gitter setzt noch eins drauf. Schande ist schlimmer als der Tod. Oh, das erinnert ja wieder an ja fast nationalsozialistische Ideen. Akirtim Chapi Bhutani Kata Yeşyanti Te Abiyayam Sambu Vitasya Chakirtir Maranada Tiricciatte So, und wenn wir schon mal dabei sind, dann räumen wir auch gleich ganz auf, meine Lieben. Das Buch des Lichts enthüllt Widersprüche in der Gitter. Das ist auch ganz menschlich und natürlich, denn die Gitter wie alle anderen religiösen Schriften inklusive Bibel und Koran bestehen aus endlos vielen Einschüben und Erweiterungen. Gerade mal wie es einem so passt. Die Herrscher haben das so gemacht dann, wie es ihnen in den Kram gepasst hat, damit sie das Volk da noch weiter kontrollieren können. Also dieses zum Beispiel gewaltige Epos Mahabharata besteht nicht aus einem Guss und davon ist auch die Gitter betroffen. Und da haben wir im Text viele Widersprüche philosophisch und logisch. Philosophisch und logisch. In der Gitter finden wir Verse mit pantheistischen Anschauungen und dann Visionen vom monotheistischen Theismus. Mit anderen Worten, das Selbst des Menschen ist einerseits identisch mit dem kosmischen absoluten Brachmann, andererseits gewinnt der Mensch durch Gottesliebe Anteil an dem Gott, der ihm gegenüber steht. Mein Lieben, wunderbar, aber Ehre sei dem Buch des Lichts und jetzt versteht ja, warum der Buddha dem Brahman nicht so angenehm war. Denn der Buddha sagte natürlich, es gibt auch noch etwas, das Absolute ist der Urgrund, nicht seine erste Demanation Brahman, so geht's mal los. Ja, es gibt eine Einheit mit Brahman, aber es gibt auch was Höheres, nämlich die Rückkehr in den Urgrund Nirvana. So, was sind noch Widersprüche in der Gitter? Wir haben da Verse, die die Nicht-Dualität ad weiter erfahren oder von der Erfahrung sprechen und andererseits benutzt die Gitter Dualismus eines philosophischen Sankhya-Systems um die Loslösung des Geistes von den Verstrickungen in die Materie zu gründen. Seht ihr, wie die sich im Kreis bewegen und gefangen sind in Unwissenheit? Die Sache ist doch ganz einfach. Gott ist unerkennbar. Du bist Gott. Gott ist der Erkennende. Der Erkennende kann doch nicht der sein, der sich erkennt. Das geht doch gar nicht. Jeder Erkenntnisvorgang geht doch immer vom Erkennen hinweg zum Erkannten. In jedem Fall erkennst du immer, was du nicht bist. Und im Falle der vergänglichen Welt der Erscheinungen kannst du dich davon lösen und Nirvana erlangen. Das Leidlose höher als die höchsten Krishna-Seligkeiten der Krishna-Himmel und Planeten, die auch allesamt vergänglich sind. Und ich weiß, dass ich damit den Unwillen der Krishna-Eten auf mich ziehe, aber ehe ich habe, ich gebe es nur weiter, meine Lieben. Ein weiterer Widerspruch wäre, naja, wie gesagt, es fällt mir jetzt ein wieder, aber ich habe darüber gesprochen, das klassische Wertesystem, der Brahmanenkaste. Wir sind die Brahmanen. Huldigt uns, bedient uns. Ja, ja. Diese Leute werden als Paria wiederkommen, dann werden sie wissen, was Karma ist, meine Lieben. ganz schlimm sind die Opferrituale in der Gita, also das, was heute dann daraus genommen wird. Tiere zu schlachten, ich will euch nur eins sagen, wer schlachtet, der wird geschlachtet. Viel Spaß. Die Gita lehrt die Entsagung. Zum anderen fordert sie auf zum aktiven geschichtlichen Handeln, das muss sie aber dann auch begründen, das macht das Buch, das liest sie auch. Aber als Option, du kannst entsagen, aber du kannst auch an der Welt teilnehmen und wiederkommen. Aber das wird da nicht so gebracht. Ihr kennt den Begriff Moksha, meine Lieben. Das ist die Befreiung aus dem leidvollen Daseinskreislauf. Laut Buch des Lichts ist es das höchste Ziel, Nirvana. Aber dann haben wir den Begriff Sanatana Dharma, das ewige Weltgesetz, wird im Sinne von Varnadharma, Erfüllung der Kastenpflicht. Und damit auch Etablierung oder Etabilisierung der Kastendiktatur, meine Lieben. Ich bin gegen den brahmanischen Opferritualismus, der auch in der Gita so ein bisschen interpretiert wird. Einerseits vertritt die Gita die Anschauung, dass die Person, also Purusha, dass die handelt und kein Karmann erzeugt, lehrt die Gita, die Gita, die Gita, ja. Wenn das Handeln nicht aus der Motivation ich bezogene Absichten geschieht, ja wie, ja wie? Jedes Handeln, das aus der Motivation, das gesetzt wird, ist ich bezogene Absicht, selbst wenn ich sage, ich will Nirvana erlangen, das soll ich ja nicht sagen, lehrt das Buch das Licht. Sage nur, ich will mich lösen von allem Vergänglichen, das kannst du sagen. Dann hast du das Richtige gesagt und gefragt, ja. Aber andererseits sagt die Gita laut Samkhya-Theorie, wonach alle Aktivitäten des Handelns nur Selbstbewegungen in der Prakriti sind und der Purusha, das wahre Selbst ist davon nicht betroffen. Das ist ganz gefährlich, meine Lieben. Da wird jeder kriminellen Tat Tor an Tür geöffnet. Ja, die Monade, der macht das nichts aus. Das ist doch nur der Körper, der rumläuft. Jede Bewegung ist eine monadisch erzeugte Bewegung. Es geht zurück bis zum Wiedererwachen des Universums, wenn die Supermonade, meinetwegen Brahman, meinetwegen Krishna, wieder erscheint, die Materie berührt und da kommt die Drehbewegung. Es gibt keine Bewegung ohne Geisteinfluss, meine Lieben, ich bitte euch. Und wenn die Monade sich zurückzieht, dann zerfällt der ganze Struktur. Ich sehe da noch weitere Widersprüche, zum Beispiel Samkhya ist Theorie gegenüber der Praxis und andererseits ausgearbeitetes philosophisches System. Das ist doch schön. Wenn ich mir das Kapitel 7, 18 anschaue, da wird Jnana, Weisheit, mit dem Wesen Gottes identifiziert. Aber das Kapitel 7, 12 erklärt, dass eine Versenkung Dhyana noch höher zu bewerten ist als Jnana. Meine Lieben, wenn wir uns das richtig anschauen, dann ist das kein Widerspruch, aber dann dürfte die Gita nicht Brahmanas das Höchste sehen. Denn, haken wir uns da mal fest, Jnana ist die Einheit mit dem Wesen Gottes, also mit Brahman. Wunderbar. Das lehrt ja auch das Buch des Lichts, dass das möglich ist. Man muss keine Wanne erlangen. Wer sich aber weiter versenkt und versenkt, der erfährt die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung und damit ist diese Versenkung Jnana natürlich höher zu bewerten. Wunderbar. nur da muss die Gita darauf hinweisen und nicht sagen, Brahman ist das Höchste. In Kapitel 9, 29 steht, dass vor Gott, vor dem höchsten Gott alle Wesen gleich sind, weil er ja gegenwärtig ist in allen. Wenn ich Kapitel ein bisschen weiter gehe, 12, 14, 11, da bevorzugt Gott diejenigen, die ihm ganz ergeben sind, während die Bösen mit schlechten Wiedergeburten bestraft werden. Ja, meine lieben Gitaisten, ihr müsst schon riskieren, dass man euch hier zitiert, wenn ihr sowas habt, ja. Kapitel 16, 19, 19, also die Verse im Kapitel 42, FF, sagen, du sollst kein Opfer machen. Sie werten das vedische Opfer ab. Aber im Kapitel 3, 10, FF, wird das Opfer verherrlicht, als wirksamer und geeigneter Wunscherfüller. Ich sage, das ist schwarze Magie, meine Lieben. Und da habe ich nur angedeutet, die Widersprüche in der Gita. Das kommt von den Einschüben. Der Koran und die Bibel und die buddhistischen Lehren sind 10.000 Mal umgeschrieben worden. Uminterpretiert, schwarzmagisch. Ehre sei Mahatera, Dr. Georg Grimm, dass er uns den richtigen Weg wies, wie auch im Buch des Lichts gelehrt, die Rückkehr der Lehre des Buddha, meine Lieben. Ja, Brahman gibt es, Krishna gibt es auch, aber es ist nicht das Höchste. Und in der Tat lehrt das Buch des Lichts sogar, wie man Brahman und Krishna erreicht. Man kann doch dort bleiben. Wir zwingen doch niemand. Wir bringen also nur die Option, bieten wir an, ja, dass man Nirvana erlangen kann. Und wovon ist die Gita in weiten Teilen abhängig? Von der Samkya, Samkya, äh, Kosmologie und Psychologie. Ja, wenn gelehrt wird, dass Geist und Materie ewig sind, dann muss man erstmal wissen, was verstehen die unter Materie, beziehungsweise unter Geist. Was die Gita so unter Geist versteht, von dem sagt das Buch des Lichts, ist vergänglich, weil es auch eine Struktur ist, eine geistige und Geist ist auch Materie, nur in weit, weit verfeinerterer Form sozusagen. Naja, und da wenn ich jetzt mir angucke, wenn ein Yogi durch Loslösung, Kavaglia, befreit wird, gut, andererseits teilt die Gita nicht den pluralistischen Atheismus der Samkhya, sondern die nimmt Anschauungen von Yoga auf, wonach also ein höchstes Geistwesen, Purusha, gleichsam als, ja wie soll ich sagen, Primus Interpares über den anderen unzähligen Geistwesen steht. Das ist missverstandene Hierarchie, meine Lieben, tut mir leid. Pluralistischer Theismus, wenn man so will, und den formt man dann um in einen nicht-dualistischen Theismus, wie es einem gerade passt, bei dem dann ein höchster Purusha, Utama, Utama-Purusha, unveränderlich, unvergänglich, als höchster Gott die Geschicke der Welt lenkt. Es gibt keinen unsterblichen Gott. Ja, in der Meditation können wir uns von allem lösen, auch von unserer geistigen Struktur, dann kommt die Wahrheit. Eine Unsterblichkeit, die ein Anfang hat und kein Ende, gibt es nicht. Brahman und Krishna haben einen Anfang und ein Ende. Sie erscheinen beim Wiedererwachen des Universums Mahaman Vantara und verschwinden beim Pralaya. So ist das nochmal. Ja, das führt uns dann natürlich auch zu dem Karma-Konzept. Da muss man eben auch aufpassen, meine Lieben. Das Karma der Bhagavad Gita ist nicht unbedingt die wahre Bedeutung des Karma. Das sage ich mal hier ganz klar. Ja, dies wiederum meine Lieben bedeutet mit Akkiertem anfangen mit Chapi Bhutani auch werden die Menschen von deiner nie endenden Unehre berichten und für einen Menschen, der einmal verehrt worden ist, ist Schande schlimmer als der Tod. Meine Lieben, die Monade hat doch damit nichts zu tun. Da wird doch ganz klar der Anata Aspekt im Menschen gefestigt. Was ist schon Ehre und Unehre? Von wem gedacht? Wenn irgendwo 500 Menschen in die Luft geblasen sind, feiert man bei ISIS eine Party, da ist jede Orgie nichts dagegen. Und anderswo fließen die Tränen. Was ist Ehre und Unehre, mein Lieben? Merkt ihr, wie die Welt jetzt endlich bereit ist für das Buch des Lichts? Da geht es zum Wagenlenker, Wagenkämpfer, nicht? Das ist ja, Krishna wissen wir, der ist im Streitwagen, die wilden Pferde, dann ein Lenker, er hat auch einen Lenker und er ist der Kämpfer und dann ist auch noch Krishna dazu, also Arjuna ist der Kämpfer da und Krishna, wir haben ja im Buch gelehrt diesen Zusammenhang, dass die wilden Pferde das Verlangen sind und der Wagen ist der Kampfwagen und der Arjuna ist der Kämpfer und so weiter, schon richtig, aber wenn man es hier so liest, dann heißt das, die großen Wagenkämpfer werden denken, du hättest dich aus Furcht vom Kampf zurückgezogen und Menschen, bei denen du in hohem Ansehen standest, werden dich gering schätzen. Naja, meine Lieben, wer sein Ansehen von der Meinung anderer nur abhängig macht, der ist ein armes Kerlchen. Und nicht nur das, sondern die Gita macht es noch schlimmer, die sagt, nicht nur die, die dein Ansehen hatten, die dich geschätzt haben, sondern auch deine Feinde. Und das ist ja wohl das Schmerzliche, sagt die Gita. Mir ist wurscht, was die Menschen denken, wenn ich in Nirvana bin, meine Lieben. Selbst schon in einem der hohen Himmel kann es mir egal sein, wie sie mich beurteilen. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Aber hat ja war das war die schandte aber die ninder tast war nind dann tast aber sam r tato tato du kataram nukim du kataram nukim du kataram nukim was bedeutet das? Auch deine Feinde, die an deiner Macht Anstoß nehmen, werden viele schmähende Worte finden. Was ist schmerzlicher als das? Ich sage was ist was ist dümmer als das? Ja dümmer geht's nicht. Aber nicht für den der das erleidet sondern für diese Aussage. Ja und nun kommt das höchste der Gefühle in meinem Leben. Wenn ich das richtig übersetze. wenn du getötet wirst erlangst du den Himmel. Erinnert euch das an was meine Lieben? Kommen wir gleich dazu. Weiter geht's Tasma Wenn du siegst erfreust du dich der Erde daher Sohn Kuntis erhebe dich zum Kampf entschlossen. Ja meine Lieben da wird wieder mal ewiges Leben im Himmel versprochen wenn ich jemand anderen Schädel einschlag und vielleicht noch als Nachtisch und Zugabe 72 Jungfrauen da erlaube ich mir immer den Korans Scherz das ist falsch übersetzt das heißt nicht 72 Jungfrauen sondern du kommst in den Himmel und da ist eine Jungfrau die ist 72 72 jährige Jungfrauen heißt es ja meine Lieben wie kann man denn ich bitte euch gar lieb wie kann man denn überhaupt ohne Humor aber dann bitte gepaart mit dem rechten Wissen so etwas ertragen und da seht ihr mal Schriften beherrschen die Welt und und entschuldigen jede böse Handlung weil ein Gott ist ja so will Ehre sei dem Buch des Licht die Zeit ist gekommen meine Lieben dass wir dass das Buch des Licht Stück für Stück die Kontrolle übernimmt ohne die anderen in der Essenz ihre Aktionen zu beeinflussen das Buch des Licht sagt als einzige Schrift auf der Erde alle Religionen Wissenschaften Philosophien haben Recht die haben alle Recht sie kennen nicht nur nicht ihre vereinende Hülle ihren vereinenden Kern ihren vereinenden Kern wenn sie und den enthüllt das Buch des Lichts ohne die Individualität der Religionen Wissenschaften Philosophien zu verändern oder gar anzugreifen im Gegenteil eine wirkliche Vereinigung der Religion wird nicht sein wenn die auf ihre symbolischen Standpunkte bestehen no way glaubt es mir meine Lieben Die größte Sünde wenn man das so sagen darf der Bhagavad Gita ist es aber dass der Grundgedanke der Bhagavad Gita ist dass Befreiung nicht durch völlige Aufgabe von Handeln geschieht sondern durch eine veränderte Motivation beim Handeln nämlich durch absichtsfreies Handeln dieses Handeln ist in nicht egobezogener Weise berechnet das die Resultate einer Handlung also es bindet nicht die Tat als solche sondern die Motivation nun das ist schon richtig dass die Intention zählt ja aber Handeln per se bringt dich immer zurück zum Beispiel lehrt das Buch des Lichts wenn du im Dschungel im Dunkeln Hunger hast und da ist eine Struktur da ist endlich da ist ein Kürbis und du rennst deinen Speer durch den Kürbis und das war ein Kind bist du laut unserer Lehre nicht schuldig wenn du aber durch den Dschungel läufst und sag heute werde ich ein Kind töten und da ist im Dunkeln so eine Struktur in Wirklichkeit ist es ein Kürbis aber das weißt du nicht dann denkst du da ist es du rammst deinen Speer durch den Kürbis du hast kein Kind getötet und trotzdem hast du schuldig gemacht wer es zu fassen vermag meine Lieben der fasse es ja also laut Buch des liest wirst du völlig befreit wenn du nicht mehr handelst wenn du nur noch da bist ja wenn du das auch als handeln bezeichnest bitte willenlos da sitzt oder liegst und meditierst einmal am Tag isst sonst nichts machst dich mit der Lehre Befallstüren aber eine direkte Handlung die du tust und dann hoffst dass du dadurch in Havana kommst das geht nicht das verursacht vielleicht eine höchste Manifestation auf höchsten Ebenen gar keine Frage gar keine Frage ja ein nicht anhaften an Dingen wünschen und vom Verstand projizierten Wertungen sagen wir mal Aschakti ist dann ein Ideal durch begierdefreies Handeln gibt man alle Handlungen an Gott hin mit anderen Worten du kannst den ganzen Tag rammeln Hauptsache du haftest nicht dran so kann man sich selbst belügen und betrügen oder du kannst den ganzen Tag fressen und saufen da wird doch der Buddha gezeigt mit ganz dicken Bauch diese Beleidigung ja er ist nur schön Hauptsache du haftest nicht dran ja im Himmelsjahrmarkt das ist alles die Änderung der Bhagavad Gita um mehr Mitglieder zu bekommen die auch den Sinnes die ohne sie schuldig fühlen zu müssen den Sinnes Tätigkeiten anhaften meine Lieben ich kann euch nur bitten euch mit Sanskrit zu befassen die englische Sanskrit Schule die ich geschrieben habe die gibt es ja bereits auf dem Internet die lasse ich jetzt auf Deutsch übersetzen naja denn die Sanskrit Sprache hat eine differenzierte Terminologie die spricht ja das an was wir mit Denken Bewusstsein und Geist wiedergeben und wenn du das Sanskrit Wort aussprichst dann geht das ganz tief dann triffst du den Kern der Sache und aber diese Begriffe werden in den unterschiedlichen philosophischen Schulen verschieden und spezifisch gebraucht darum gibt es jetzt das Buch des Lichts und so kann man sagen dass die Sankhya beeinflusst ist nein die Gita ist beeinflusst von Sankhya und von dem später missverstandenen Buddhismus wir treffen ja zum Beispiel in der Gita auf die Begriffe Chetana oder Chetas Manas Ahankara Bodhi Atman Purusha aber die Gita strebt eine Synthese unterschiedlicher Strömungen an und wendet die Sankhya Terminologie nicht durchweg im strengsten Sinne an und so werden die Sanskrit Begriffe nicht immer im gleichen Sinne gebraucht und eine konkordante Übersetzung also immer die gleiche Übersetzung des Sanskrit Begriffes ist nicht ratsam deshalb und darum das Buch des Lichts es ist auch eine ich brauche immer umso länger in letzter Zeit umso weil ich meine es ist Verantwortung was ich jetzt sage jedes Wort ist wie ein Fels naja Sankhya Terminologie deshalb kann man sagen dass die Gita von einem Bewusstseins Kontinuum ausgeht welches sich in verschiedenen Fähigkeiten ausprägt aber das Bewusstsein als solches oder auch die Bewusstheit ohne spezifische Erkenntnismodi das ist Chetana und da haben wir wieder einen Hinweis auf Buch des Lichts Lehre du bist nicht mal dein Bewusstsein du hast dein Bewusstsein dein Bewusstsein führt dich an die Schwelle zu Nirvana und dann legst du es ab hat es seine Pflicht erfüllt deine Aufgabe seinen Sinn desgleichen mit dem Denken meine lieben meine lieben wenn die Bhagavad Gita und die Krishna Eten Leute nicht sich das ernsthaft anhören und nicht wollen dass die Bhagavad Gita zu einem schwarzmagischen Instrument wird dann entfernen sie die von mir vorgeschlagenen Stellen linnen liebe krishna iten ihr kommt später ihr kamt später so kann man das sagen denn bhakti bekam durch euch eine starke emotionale färbung das heißt es ging hin in den linga sharira in den astral körper spätere krishna mystik chaitanya 15 jahrhundert 16 jahrhundert ja wir reden davon das ganze sein betreffende versenkung des menschen in Gott die gipfelt in der erkenntnis dass Gott in jedem wesen anwesend ist so und das hat man also bei den krishna iten doch sehr emotionalisiert und dadurch habt ihr euch auf astralebenen vergänglicher planeten begeben die in der tat existieren die sehr beseligend sind aber ihr wisst es bereits sie haben ein kleines problem sie sind vergänglich meine lieben befassen wir uns mal mit der übersetzung jetzt geht's tief warum so viele kommentierte übersetzungen der bagabat geht da warum so viele koran auch wenn der muslim euch sagen wird es gibt nur eins quatsch es gibt tausende hadith interpretationen desgleichen mit der bibel jeder herrscher schreibt sich so dass es gerade recht ist für ihn man kann sagen dass die bhagavad gita eine konversation des lesers mit dem text ist ja und da bilden sich halt denk- und erfahrungsmuster heraus sie lassen ursprüngliches aufleuchten und man wird das ist eigentlich ganz wunderbar in ein dialogisches netz eingespannt so wie ich mit dem johan auch ich sage oh großer johan was soll ich wie ist das und das oft war seine antwort schweig du tölpel setz dich hin und schreib ja wenn ich an viele meister in der vergangenheit denke meine lieben dann haben die ihre erkenntnisse nicht in der form von systematischen traktaten oder sowas mitgeteilt sondern kommentare zu den upanishaden und der gita als da sind um 800 nach christi der shankara bhaskara 9. jahrhundert ramanuja das war 11. jahrhundert nimbarka janishvara balabha und dann haben wir im 20. jahrhundert den tilak aurobindo gandhi radhakrishnan chinmayananda nicha chatanjayati und so weiter ja entschuldigt mein schnaufen mein lünglein ist nicht ganz in ordnung diese leute haben im gespräch ihre eigenen erfahrungen mit eingebracht und haben sie zum teil einen teil der kita werden lassen ja ist ja legitim ist legitim jetzt könnte ich argumentieren ja du hast ja auch von johan diktieren lassen lest das buch des liest und dann entscheidet was für euch mehr sinn macht mehr kann ich nicht sagen mein lieben wenn ich nur an gandhi denke der nie gegen die kasten eingetreten ist nie gesagt hat wir sollen die kasten abschaffen dann wird das ganz deutlich eine moderne kreative aneignung bleibt nicht beschränkt auf den rahmen des mahabharata sondern die gitter ist etwa im dialog mit christlichen vorstellungen von der würde des menschen und unbedingte liebe und neue andere resonanzen erzeugen als es im ursprünglichen kontext gemeint war beispiel wenn heute ein christlicher meister die gita neu zum klingen bringt und da gibt es einige dann geschieht es zum einen auf dem hintergrund seiner jahrzehntelangen erfahrung des lebens im indischen ashram in der umgebung südindiens in den dörfern andererseits ist mit eingeflochten der kontext der weltweiten gemeinde spirituell suchende die also auch ihre eigene erlebnisse und so weiter mit einbringen christen hindus buddhisten muslime juden ja das ist nicht so einfach seht ihr die notwendigkeit des buchs des lichts entschuldigt meine unvollkommene art euch meine bedenken mitzuteilen ich liebe euch alle die Untertitelung des ZDF, 2020